Liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom IG Bank Swiss Trading Day 2023 und einer der Referenten ist jetzt hier bei mir in Zürich, Tobias Heidkötter, Profitrader und Coach. Schön, dich zu sehen. Herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Tobias, du sprichst hier über das Aha-Erlebnis beim Börsenhandel. Was ist denn das Aha-Erlebnis? Ja, ich spreche über diverse Aha-Erlebnisse. Einfach, weil ich im Laufe der Zeit meiner Tätigkeit als Trading Coach gemerkt habe, dass es doch oftmals andere Sachen sind, die den Leuten wirklich helfen, als das, was sie am Anfang vielleicht denken, was ihnen hilft. Und da spreche ich halt über das ein oder andere Aha-Erlebnis, dass man nochmal diesen Effekt bekommt. Was hilft mir wirklich zum längerfristigen Börsenerfolg? Hast du nochmal kurz drei Tipps? Ja, der Zeiteinsatz bestimmt nicht über den Erfolg. Auch eine gute Nachricht für all die, die gar nicht so viel Zeit haben. Die Trefferquote alleine bestimmt auch nicht über den Erfolg. Und eine klare Strategie gibt dir einen sehr strukturierten Einstieg. Wie viel Zeit verwendest du selber? Täglich tatsächlich nur fünf Minuten, was meinen eigenen Handel angeht. Die andere Tätigkeit ist dann im Coaching-Bereich. Da hat natürlich dann auch ein bisschen mehr. Ja, es ist nicht so, dass ich das nicht mag. Aber es braucht halt nicht wirklich viel mehr Zeit für meinen Stil, um eine sehr schöne Rendite zu erzielen. Wie wichtig ist es, so ein paar Grundregeln erstmal diszipliniert zu befolgen? Ich finde es sehr. Tatsächlich mag ich das sehr in meinem Coaching, erstmal klare Regeln zu haben. Erstmal zu lernen, sich an diesen klaren Regeln zu halten, um dann nach einer Zeit zu sagen, okay, mit diesem Gerüst, das nehme ich wirklich nur als Basis, um dann doch das ein oder andere damit, ja, mir zunutze machen zu können, auch für die ein oder andere Entscheidung außerhalb dieser klaren Struktur. Wie lange dauert es, bis man die ersten Aha-Erlebnisse hat? Ich denke recht schnell. Nee, tatsächlich. Wenn man selbst reflektiert ist, kann man die schon innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen haben. Ja, vielen Dank, Tobias Heidkötter, Profitrader und Coach. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.